und sagt ihm, klagt ihm euer Leid, weil das geht so nicht. So, wir sammeln langsam hier Gezeugt. Wir haben mittlerweile 26 Kohle und 12 Eisenerz. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Es könnte natürlich mehr sein und hier wird es wieder ein bisschen dunkel. Ich habe Angst und ich glaube, ich muss mal so ein bisschen mein Inventar mal wieder so hinbauen, dass ich schneller die Sachen parat habe. Sonst wird das nämlich nichts. Und irgendwie verliere ich gerade... Habe ich keinen Hunger? Das verstehe ich nicht. Optionen. Schwierigkeit normal. Schwer, friedlich, einfach normal. Hat man bei normal Hunger? Ich glaube schon, oder? Warum habe ich keinen Hunger? Warum... Also... Das wackelt auch nicht, das Ding da unten. Aber vorhin habe ich doch was verloren, ne? Hält Fleisch so lange an? Ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Ich bin ja auch nicht so da... Kohle! Ich bin ja auch nicht so da Wahnsinns-Crack-Hits hier. Mogel mich immer so ein bisschen durch. Wenn was nicht funktioniert, rege ich mich auf und pfusche mich durch. Ich sehe aber auch keine Monster. Und ich glaube, diese Höhle haben wir hiermit erforscht. Und das war unglaublich spannend, muss ich mal sagen. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Kohle und ein bisschen Eisen gefunden. Das ist echt gut. Und ich glaube, es wird gerade mal so hier für die Kohle und das Eisen reichen, unsere Steinspitzhacke. Und dann werden wir uns wieder an die Tagesoberfläche begeben. Und ja, wir werden jetzt vermutlich dann einfach ein bisschen Eisen einschmelzen, unsere Rüstung bauen. Wir werden uns wieder ein bisschen ausrüsten und dann weitermachen. Denn es muss weitergehen. Und das wird es auf jeden Fall. Wir werden hier eine ganze Weile noch weitermachen mit unserem Minecraft. Mal regelmäßig, mal nicht so regelmäßig. Ich glaube, spätestens dann, wenn ihr sagt, ihr findet das gut, wird es regelmäßig werden. Bis dahin mache ich es sporadisch. Versuche mich immer wieder mal ein bisschen zu verbessern. Und einfach Übungen im Video machen zu bekommen. Mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich Videoaufträge bekomme. Ihr wisst vielleicht, ich bin freier Journalist. Und Bäm, da ist es passiert. Super. Wir haben aber genügend Holz da, um uns mal kurz eine Werkbank zu zaubern. Mitte der Werkbank werden wir uns, das wisst ihr vielleicht schon, ein paar Stickys haben wir. Wir werden uns aber auf jeden Fall eine Bruchsteinspitzhacke machen. So, mindestens eine. Dann können wir nämlich noch ein bisschen länger hier unten bleiben. Müssen nicht gleich hoch. Tut ja nicht Not. So, noch eine. Ja, aber das reicht dann. Dann können wir nämlich fast unendlich hier unten bleiben. Wow. Vielleicht bohren wir uns hier gleich auch noch ein bisschen tiefer rein in das Gestein. Und gucken mal, worauf wir hier sonst noch so treffen. Das hier ist auf jeden Fall echt der fette Flötz am Start. Und bringt uns wirklich ordentlich geil Kohle ein, die wir so dringend brauchen. So, wir rüsten uns dann einfach schön aus. Buddeln uns hier durch. Dich können wir eigentlich auch mitnehmen. Moment. Noch haben wir nicht so viel in unserem Inventar, dass wir das nicht könnten. Und ich würde ja sagen, hier oben. Vielleicht hier. Lass uns hier ein bisschen durchgraben. Das sieht mir so aus, als würde danach noch ein bisschen was kommen. Wir haben ja im Prinzip auch nur einen Weg. Das heißt, arg verschachtelt ist es hier nicht. Wir können uns, glaube ich, nicht verlaufen. Wir machen das dann einfach. Okay, hier gibt es Steinchen. Sehr clever gemacht, muss man sagen. Ab die Fackel. So, und weiter geht's. So. Ja, ich war eigentlich bei einem völlig anderen Thema, nämlich Bewegtbild-Stammtisch, der nächste Woche stattfinden wird. Ich weiß gerade gar nicht den aktuellen Stand, wie es ausgebucht ist, denn vielleicht habt ihr das schon ein bisschen mitbekommen. Ich habe mich zurückgezogen vom Mediencluster. Es war einfach mal Zeit, so nach knapp einem Jahr mal wieder was anderes zu tun. Da gibt es auch eine neue Geschäftsführerin und die wird das richtig gut machen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und für mich war es dann aber einfach mal an der Zeit, zu sagen, okay, eigentlich bin ich ein freier Journalist und ich will schon ein bisschen freier arbeiten. Das heißt, was macht man bei Mediencluster? Die Aufgabe da ist es, zu promoten. Das ist eine gute Sache. Man macht das praktisch im allerpositivsten Sinne und zwar nicht, um Geld zu verdienen. Also das ist auch das Coole am Mediencluster. Man hat ja keine Agentur im Nacken, wo man Kohle verdienen will, sondern es geht darum, anderen Leuten zu helfen, Kohle zu verdienen. Und man wird darin bemessen, dass die Leute einem sagen, du hast gut gearbeitet. Das ist wirklich ein dankbarer Job. Das ist sehr cool. Hat auch das Jahr sehr viel Spaß gemacht, die Leute zu vernetzen, einen Stand auf der Gamescom zu organisieren, die DMX-Code zu organisieren, Advanced Coaching Day zu organisieren und was nicht noch alles. Wirklich eine sehr schöne Geschichte und kann ich eigentlich jedem empfehlen, das auch mal zu machen. Das ist nämlich eine großartige Erfahrung. Aber für mich war es eben mal Zeit, mich ein bisschen wieder zurückzuziehen, mich wieder zu besinnen. Was sind eigentlich so die Aufgaben, die ich für mich irgendwie rausgesucht habe? Und die sind halt weniger im Marketingbereich als vielmehr im kritischen Journalismus. Und so ein bisschen im Spaßjournalismus auch. Was ich hier gerade mache, was ist das? Das ist nicht unbedingt die Aufgabe eines Journalisten. Vielleicht ein bisschen so, ja, gamifizierte Newsshow oder keine Ahnung, wie man das hier nennen könnte. Das mache ich eigentlich nur zum Spaß. Aber irgendwie macht man es dann halt auch in seiner Art. Das heißt, so ein bisschen journalistisch ist es vielleicht. Ich bin jetzt kein mega-super-Experte, was das angeht. Aber es ist zumindest Meinung. Und Meinung ist auch erlaubt im Journalismus. Meinung ist sogar wichtig, weil wenn man die begründet, dann kann man andere davon überzeugen. Zum Beispiel, wenn man sich für Minderheiten einsetzt. Das ist ein so Ding, was Journalisten machen, ist, sie finden eine Geschichte, sie finden interessante Leute. Sie erzählen diese Geschichte. Und eine der Grundprinzipien ist es, die Wahrheit zu sagen oder sehr gut zu unterhalten. In meinem Fall bin ich dann eher der Typ, der gerne mal die Wahrheit sagt oder versucht herauszufinden. Und das wäre dann, naja, in diesem Fall, was wir hier machen, eher Spaß. Oh, Kohle. Danke, Kohle, dass du mich von diesem Thema ablenkst. Denn es ist vielleicht etwas trocken für euch. Huch. Wow, 63. Wir haben fast einen kompletten Stack Kohle gesammelt. Yeah. Nächste Woche also der Bewegtbild-Stammtisch. Ich fange es dann mal an das Thema. Das macht ja nichts. Das Thema ist gut genug. Und naja, es ist der vierte Bewegtbild-Stammtisch. Es hat sich zu einer festen Größe irgendwie auch in NRW etabliert. Mittlerweile gab es auch echt coole Gäste, hochrangige Gäste von Rang und Namen. Und ja, das ist echt schön zu sehen. Mittlerweile ist es ja so, dass aus der Szene, aus der YouTuber-Szene, eine Branche geworden ist. Und der Bewegtbild-Stammtisch hat ja die Aufgabe, so die kleinen YouTuber, in Anführungsstrichen, mit den großen Playern zusammenzubringen. Damit da noch etwas viel Größeres und Besseres entsteht. Etwas, was authentischer ist. Etwas, was näher an den Leuten dran ist. Weil, ihr habt das euch selber, ihr wisst das vielleicht auch, die Einschaltquoten gehen jetzt, außer bei RTL, zurück. Die jungen Leute, die Kinder, die Jugendlichen, die schauen immer weniger Fernsehen, schauen immer mehr YouTube. Und was sie machen, ist, sie schauen auf dem, was damals ihr Fernseher war, YouTube, und auf ihrem Smartphone. Das heißt, da verändert sich einfach total viel. Und um das irgendwie so ein bisschen mit zu begleiten, um eine Plattform zu bieten, dafür wurde der Bewegtbild-Stammtisch ins Leben gerufen. Und das macht er in Kooperation mit den Jungs vom Webvideopreis, Markus Hünden und so weiter, Videopunk, schöne Grüße an dieser Stelle. Das machen die ja ganz hervorragend. Und damit ergänzt sich Mediencluster und Webvideopreis, die ja auch so eigentlich bis einen neutralen Standpunkt haben. Gut, sehr gut. Also hat wirklich auch total viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und freue mich auch auf nächsten Mittwoch, die alle wiederzusehen. Und auch die Jungs vom Jumi und die ganzen, diesmal in Baby.de und wer nicht noch alles dabei ist. Also wirklich großartig und freue mich darauf wie Bolle. Oh, wir haben Eisen gefunden. Und so langsam kriegen wir hier einen Mineralienlauf. Ein Flötz löst den nächsten ab. Wahnsinn! Das ist sehr schön. Und die Playlist, die ihr gerade hört, die habe ich ja komplett neu zusammengestellt. Deswegen ist es für mich auch noch so ein bisschen eine Überraschung. Welches Lied wann kommt? Bin auch so ein bisschen am Testen. Könnte ein bisschen langweilig auf Dauer werden vielleicht. Ich habe jetzt mal so ein bisschen zurückhaltendere Mucke gewählt, damit sie mindestens nicht stört. Und ich nicht ständig die Playlist aufrufen muss, um da was zu ändern. Ihr könnt ja auch gerne Vorschläge machen, was für Musik ihr gerne hören würdet, während ich hier quatsche. Vielleicht passt diese langweilige Musik auch ganz gut zu dem, was ich hier mache. Das ist ja auch nicht so der Uwe-Börner. Nicht mal Shader diesmal drin. Aber wie gesagt, da bin ich total offen und dankbar. Wenn ihr da was habt, schreibt sie in die Kommentare. Schreibt sie in die Kommentare. Schreibt sie in die Kommentare. Schreibt alles in die Kommentare, was ihr wollt. Ihr könnt alles in die Kommentare schreiben. Zu jeder Zeit. Wenn ihr jemandem auf den Fuß getreten seid und ihr habt das Bedürfnis, jemandem davon zu erzählen, damit ihr diese Schuld von euch habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr erzählen wollt, was ihr heute alles Schönes erlebt habt, aber ihr seid ganz alleine zu Hause, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr nicht wisst, was ihr heute Abend essen sollt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr Liebeskummer habt, schreibt sie in die Kommentare. Schreibt alles in die Kommentare, was euch bewegt. Dafür sind die Kommentare da. Falls ihr überhaupt das Video seht und das hört, was ich hier gerade sage. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, wie viel wir schon aufgenommen haben. Ich traue mich auch gar nicht nachzugucken. Ich wüsste auch momentan gar nicht so richtig, wo. Doch, ich wüsste wo. Ich schaue mal ganz kurz nach. Hier. Es nimmt auf 55 Minuten, aber davon habe ich ungefähr 5 Minuten gequatscht. Das heißt, wir müssen noch viel mehr aufnehmen. Macht aber nichts. Macht gerade Spaß. Und da wir sowieso hier so hübsch an Mineralien sammeln sind, sehe ich da Kohle. Kohle. Herrlich. Guckt mal, wir haben uns richtig viel Kohle gesammelt. Wir haben auch ein bisschen Eisen. Aber noch gar keine anderen Mineralien. Das heißt, wir müssen da auch demnächst ein bisschen tiefer gehen. Wobei wir ja zum Beispiel jetzt auch noch nicht so viel mit Redstone gemacht haben. Aber für einen Kompass bräuchten wir ein bisschen Redstone. Und auch für andere Dinge. Okay, schadet nicht, wenn man so ein bisschen Gold hat. Und Diamanten wäre natürlich auch geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Komplett diamantenlos fühlt man sich irgendwie nackt. Will ich nicht gerade sagen. Wobei ihr seht ja nicht, dass ich gerade keine Hose anhabe. Also halbnackt bin ich da so ein bisschen. Bling, bling. Vielleicht sind wir Level 36. Wir können auf jeden Fall Dinge verzaubern. Demnächst. Und hier ist noch mehr Kohle. Kohle. Oh, Kohle. Eine Ode an die Kohle. Du bist schwarz. Ne, hier ist gar keine Kohle mehr. Ja, ich bin total gut in Oden verfassen. Ich bin total der Odigarch. Super Wortsitz gewesen. Aber hier haben wir noch mehr Eisen. Das ist ein Traum, denn wir brauchen Eisen. So. Ist hier auch Eisen? Könnte sein, sehe ich aber nicht. Ähm, jetzt sind wir so fast ein bisschen verschwenderisch mit unseren, mit unseren Fackeln. Aber so ist das eben. Mittlerweile können wir uns das ja wieder einigermaßen erlauben. Äh, wir hatten früher ja so viel Kohle. Da haben wir Blöcke draus gepresst und haben die bei uns. Nase. Ich sehe nichts. Okay, und die Musik ist ein bisschen langweilig. Musik Schon ein bisschen beliebig, die Musik Aber sie ist Creative Commons Creative Commons Creative Commons Creative Commons Super Musik von mir heute Ich hoffe echt, dass es keine Sau sieht Ich glaube, ich war noch nie so offen in einem Video Ich bin ja eigentlich eher der zurückhaltende, schüchterner Ding Au, meine Spitzhacke ist kaputt Ich bin ja eigentlich eher total der schüchterne Typ Deswegen Ich weiß noch nicht mal, ob ich das überhaupt veröffentlichen soll Aber okay Zu spät vielleicht sogar schon Vielleicht seht ihr es ja sogar schon Und ich kann gar nichts mehr dagegen tun Weil es irgendjemand schon online gestellt hat Ohne meine Erlaubnis Ich glaube, wir sind ja mittlerweile So tief in der Welt von Minecraft Eingegraben Dass Ich fürchte, dass wir hier niemals mehr wieder rauskommen werden Außer wir drehen uns jetzt rum und laufen alles wieder zurück Das werden wir auch tun müssen gleich Und da wir irgendwie Überhaupt gar keinen Hunger haben So wie das aussieht Ich glaube, irgendwas ist kaputt Wir haben ja auch Keine Monster bisher gesehen Hört ihr das, meine Freunde? Eigentlich bräuchten wir jetzt gruselige Musik Ich versuche mal gruselige Musik reinzumachen Haben wir irgendwo gruselige Musik? Die Kyoto Connection sehe ich hier The Fucked Up Beat Wir schauen mal, ob das gruselig ist Ich befürchte nicht Aber hier wird uns auf jeden Fall gleich irgendwo ein Zombie entgegenkommen Ich habe einen Zombie gehört, Freunde Ich habe ein bisschen Angst Das klingt nach einem Spawner Jetzt müssen wir wahrscheinlich aufpassen Damit die nicht gleich Runterfallen Wo bist du, Zombie? Oh, da ist noch mehr Kohle Wir brauchen die ganze Kohle Noch mehr Kohle Das sieht nur so aus wie Kohle Ich muss mal dringend die Helligkeit hochstellen Denn ich sehe irgendwie gar nichts Das ist Kohle Aber es sieht gar nicht aus wie Kohle Okay, wir müssen bei den Grafikeinstellungen ein bisschen was machen Ja, ist ja oft düster Also ehrlich So spielt man ja auch keine Langkraft Viel besser geworden Viel besser Wunderbar Wir sehen endlich etwas Wir sehen die Farbe des Steins Auch Untertage So Und da ist sogar noch viel mehr Kohle Hätte ich niemals gesehen Aber hier ist vielleicht gleich auch irgendwo Ein Monster Das mich auffressen will Und wir haben noch keine Rüstung Will ich mal wohl anmerken Vielleicht machen wir ein kleines Päuschen Merken uns das hier Wo wir hier sind So tief Im Verlies Im Verliese Holen uns eine Rüstung Und machen hier weiter Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee Das tun wir jetzt einfach mal Wir merken uns einfach Wo wir langgelaufen sind Und werden dann Sofort wieder hier an dieser Stelle sein Und das Monster Finden Und jagen Und Ja Dann geht es weiter Oh Guck mal Hier haben wir Hier haben wir eigentlich einen Fehler gemacht Wo geht es denn hier lang Mhm 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 Mhm